Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was hat denn so ein paar Hatzklein? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir werden nicht starker, nicht in den NDR live. Von wann bist du? Ich bin sicher, dass ich nicht in den NDR live. Von wann kommen wir? Wie soll ich da bei dir denken? Das weiß man, wie ein Arithmetiker ist. Ich arbeite durch Aussehen in Wilna. Ja. Ob ich vor allem sage. Ob ich die Zeit lernen darf, lerne ich, wie man sagt, zu der Minute. Aber dann noch vor ich herum auf unsere Expedition ist. Wir werden in Latvia mit Pyotr gefunden, die letzte Alteiden in Twinsk, in der Burg. Wie? Twinsk. Daugavpils. Daugavpils. Ja. Nein. Heinte, Sönteg, dem 19. November für 2000-sten Jörg. Mir gewinn in sich ein Schwerinis bei Achatzku Lemchenessen, ein zu langes und gesundes und freudiges Jahr. Achatzku, ihr seid ein Geborener in Jager oder in Popelan? Ein Geborener in Popelan. Was ist der Unterschied von Popelan bei Jager? Eine gewinnt eine größere Städte, eine eine kleinere? Jager ist eine größere Städte und Popelan ist eine kleine Städte. Und Popelan ist eine typische jämaitische Städte. Jager ist eine gemischte Städte. Jämaitisch wird gesagt auf Jüdisch, wird gesagt Sameter? Sameter. Die jämische Sameter haben auf dem Gerät Jüdisch ein bisschen anders. Nur kleine Unterscheiden. Wir sollten sie fliegen in Räden nach von Chaulen. Sie gewinnen. Die Tauren. Sie gewinnen. Eine gewisse Zahl Menschen haben uns anders ausgerät. Aber bei Chualien ist ein Maler gerät, ungefähr das selber. Und die paar Menschen, die haben gerät auf den Chaulen, dass sie gewinnen Jager und Popelan. Das weiß ich, von Popelan noch. Von Popelan. Ich bin sehr schwer. Das war das. Das war es für heute. Ich habe es für heute. Ich habe es für heute. Aber es war der Jüdische Städte. Und es war der Jüdische Städte. Es war der Jüdische Städte. Aber er hat einen modernisierten. Er hat gelernt etwas anderes als die alten Verlangen. Was hat er anders gelernt? Er hat manches von jüdischen Wissenschaften gelernt. Das war früher. Ich habe es für heute. Aber in meiner Zeit habe ich viele Menschen gelernt. Und ihre Kinder haben gelernt in Schau. Und sie haben sogar von jüdischer Wissenschaft. Und sie wollen nicht möglich sein im Stil, im Nussach von Popperlein. Und sie haben auch von Popperlein. Wie ist die Zander gekommen von Popperlein? Wie ist die Zander gekommen? Wie ist die Zander gekommen? Wie ist die Zander gekommen? Und mein Vater, mein Vater ist sehr gebunden mit Jäger. Und in Jäger hat gewonnen eine Tante mit einem Onkel. Und zeitweise pflegen wir sie von den Gestern. Und in der Gaber Popolán, die Jäger gewinna Stott, sie gewinna viel größeres Stott wie Popolán. Also sie gewinna seine Gefühlein sofort in der Grecce Stott? Einfach. Ja. Ja. Und in der Grecce, die Jäger in Popolán, was haben noch gesagt, ist der Jäger gewinna mehr wenigstens? Ja, ungefähr das selber. In Jäger in Popolán gewinnen Chassidim oder Blöjsmäßnägden? Blöjsmäßnägden. Die Chassidim werden nicht gewinnen. Ja. 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 Man sagt, dass sie einen Unterschied zwischen Alt-Jager und Neu-Jager gibt. Woher geht die Reise? Jager ist hinter dem Teich, aber nach dem Teich geht es um Jager. Und wie heißt auf Jüdisch der Teich? Wie hat man ihn gerufen? Das Teich. Also, aber... Die Reise von Unterscheid ist in einer Seite Teich und andere nicht gewöhnt. Die Reise von Unterscheid ist in einer Seite. Das ist in einer Seite. Ich möchte Ihnen ein Einem über eine Seite. Man sagt, dass das Leben in dieser Seite ist. Das ist in einer Seite. Das ist ein Unterschied. Sie gehören ein größer Teil zu der Klinik? Ein ganz größer Teil mit einem Brick. Der Brick hat ein Gebäude zwischen Altsager und Neisager. Der Sager zählt in zwei Teilen. Der Altsager gewinnt, über den Brick herüberzugehen. Und der modernere Sager gewinnt, der Neisager. Nun, Altsager, ich bin weniger mehr bekannt, weil ich mehrmals mal gewinnt in Neisager. Und später haben wir ihn gewinnt in den Sager. Wir haben ihn gewinnt in dem Teil Sager, was früher der Gehessen Neisager. Er ist zu lange ein Jahr. Von welchem Jahr seid ihr? Von 1904, dachte ich mir. Maladet, bravo. Bravo, bravo. Der Tate gewinnt auf Frömer ihn. Auf Frömer, der Tate gewinnt auf Frömer, versteht sich. Aber nicht kein reingelosene Frömmkeit. Er ist gekennzeichnet. Er ist gekennzeichnet. Wir finden euch viel Neis. Wir haben ihn schon gewinnt, ob mein Vater noch in Popoland gekommen ist. Vielleicht hat er ein Vater gekommen in den Sager, vielleicht er mitnehmen mit mir. Und es ist gewohnt, ich hoffe, dass das Zagr, ist aggressiv tot, legame Popolade. Ihr Gidein Teppes von Davernen. Wir haben gesagt, dass Sie die Liebe, die die Karte, die die Karte, nicht wichtig sind. Ich habe das alles gehört, aber ich habe das alles gehört, aber ich habe das alles gehört, und ich habe das alles gehört, und ich habe das alles gehört, und ich habe das alles gehört, mit anderen Städten. Aber was ist Gidein Teppes von Davernen? Irgendwelche nicht. Etwas von Da Broches? Irgendwelche nicht. Dann bin ich... Neisager und Altsager. Sager, das hat erzählt, hat Teich auf Altsager und Neisager. Und mir war es ein gewöhnliches Neisager. Aber es ist uns oft geklungen, die Altsagerformen der Sprache. Wie mir hat es um etliche Mal der Mond Menschen gegeben. Und ich bin gegangen mit den Klängen des Jungen, als der Brick über dem Teich, als zählt ob Altsager und Neisager. Als der Brick hat mein Seelen gebeten. Und das ist ein Eiches, aber kein Besonderes. Das ist ein Besonderes, was sprachliche Erscheinungen zum Monat sind. Ich weiß also, in Altsager hat sich etwas, die Sprache über Eindisch geändert hat sich etwas geändert. Ich weiß, dass alles anders ist. Aber ich kenne mich schon die Dermänen, und ich weiß, sie bestanden die Anderskeit. Aber nicht in dem Gehlen, wo es mit Gesamt taure und statt Teere. Nein, nein, nein. Oder Hauf und statt Heere. Nein, nein. Das hat sie nicht gewöhnt. Sie gewöhnen doch euch E. 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 Die Teere, die Schere. Ja. Die Teere, die Schere. Die Teere, die Schere. unplugen. Das própria. Da ist ein Gesamt der K Cities. Und ich habe mich oder Engel auf familie von mir gemerkt. Das ist sein Indian ü recruitererweise Teere. In der Saison, wo ich genau bekämmen sie sehen. Aber natürlich, wo ich Electẳngen hatte und das Hmm uns ist Boardnomed, über regnet werden. In den Zagern gab es nur einanderer. Aber jetzt kann ich etwas nicht zurückstellen. Als wir sind gegangen über den Brich von Altsager in Nijsager, hat mir etliche Mal gesagt, dass der Brich von Altsager in meiner Seele geboren wurde. Und als der Unterschied ist, ich wurde klein zwischen Altsager und Nijsager. Aber einmal, ich bin der Unterschied größer. Der Teil von Städtl. Was ich gewinnt, hinter dem Teich. Und was ich gewinnt, weniger von ihnen. Ich habe gehalten, dass sie die Tradition halten. Aber über allem, angenommen, die Form von dieser Teich. Iztiken Idisch. Ich weiß nicht, dass sie die Tradition haben. In Altsager? In Altsager. In Altsager. In Altsager. Ich weiß nicht, dass sie zwischen Altsager und Bölveren und Bölveren. Oder nicht so? Das hat mich nicht gehört. Nein, nicht gehört. Ich denke den Rauf? Den Rauf denke ich. Wir haben den Schienraum getrieben, über den Brick in den Altjager und dort noch einmal und dann schauen wir, wie es der Brick in den Altjager ist. In Popolant Ehrgevon erhoff? Popolant Ehrgevon erhoff, ja. In Popolant Ehrgevon erhoff, ja. In Popolant Ehrgevon erhoff, ja. In Popolant Ehrgevon erhoff, ja. Von indischer Literatur, aber er stammt von Sager. Nur kein Unterschied in Reden von Altsagerern und Neidagerern hat sich schon nie gehört. In Popolant Ehrgevon erhofft. In Popolant Ehrgevon erhofft. In Popolant Ehrgevon erhofft. Ja. Und ihr vielleicht folgt zu wem in Sager? In Sager ist es gewesen, mein Vater ist eine Schwester. Zu der Mumme heißt das. Ja, Mumme. Mit einem Mann. Was haben keine Kinder nicht gehad. Ist... Me hat gesagt, dass die Doktor... Gegeben Mannheit, man soll er machen, eine kleine Operatze. Und sie haben keine Kinder. Aber... Normalerweise hat nicht Masken gewonnen. Aber so wird er... Operieren. Und sie bleiben ohne Kinder. Und sie werden sicher ein Resultat von... Vielleicht in den... Dann sagen... Aberglauben. Von... Nicht verstehen. Also... A... A chirurgische Operatze. Hat kein Scheichessen. Zu... Zu... Keine... Äh... Minim... Zu... Keine Teile von... Von... Gleben. Von Gleben. Von... 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 Oder... Willi... gerekere ... Nein! rolling... El内her ... schlimmering. Tischelle von ... Is... In Jürgen! Das ist wirklich schwer. Aber mit Washington steht, da ist es schon bei Poplar und Zagr. Beziehungsweise, wenn ich sie gewöhnt, dass sie es selber sagt. Die Kinder fragen, warum, also, ich steche, Kesechen? Aha. Dose. 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 Wie bin sie gerufen auf Eidisch? Ich habe mir vergessen. Das ist ein Schrorem. Beraalach? Das ist Schrorem, sich mir aber beraalach. Oder Schiskees oder... Schiskees, nicht. Schiskees, nicht. Popuschkes, Popuschkes, nicht. Beraalach? Beraalach. Beraalach. Als Jüngel sagt der Gewinner Frömer Jüngel. Ein normaler Frömer Jüngel. Das ist nicht kein übertriebener. Nicht, aber die Gewinner. Mit, was sie im Bekaim Gewinner, also wie sie beim Medaf. Der größte Jüngel vergewöhnt von deswegen im Pesach. Mit Stöme war er zu sehr unterschiedlich von der anderen Jüngel. Mein Vater ist auch ein Jägerer in Dremessen. Ja, das ist eine frechweine Form von popularen Jägerer. Um mir mitzunehmen, ist das gewinner Gräser Jontef. Zu sein in einer zweiten Stadt, und noch bei Greven. Und hier noch verschiedene Meisters, wegen Brigg, haben wir aus dem Brigg zwischen Auldäger und Neidäger das Gebäude meiner Asäde. Ja, wegen dem Brigg das zählt nicht, wenn es so ist, was uns gedacht ist. In Jägerer habe ich gelebt meine Tante als Schwester von meinen Eltern, von meinen Seelen. Eigentlich nicht von Seelen, sondern von meinem Onkel. die Sie weniger größer Jontef als der Vortrag vielleicht vor in Sager, und mitnehmen wir in Sager zu sein, zu sein, mit, nicht nur mit Gräben, noch zu kriegen, als Titel das hat so ge wegen einander, steht mit mir gesagt, dass ein Brigg von Auldäger in Neidäger hat gebeut meine Säde. Was hat gebeut die Brigg? Koppel. Das ist der Mames? Mames Futter. Koppel. Koppel. Die Familie? Die Familie? Nicht Familie. Das ist der Nomen? Der Nomen. Und die Familie? Wie weiß ich nicht. Der Mames Mädels Familie heißt das? Ja. Aber so weiß ich nicht. Ich weiß noch die Familie. Wie habt ihr gedacht, die Familie von den Litwinern was heute geraten wird in der Mechome? In der Mechome aber nicht der Litwinern. Einmal hat er nicht geraten wird der Litwinern aber alle Bossei geraten wird der Reaktion superficie nicht mit dem der stoff er hat aber in der vraiment Man hat mir gesagt, dass in Schraga lebt noch ein alter Jüdene, und das ist ein alter Jüdene, der sich mit dem Schraga lebt. Ich habe das nicht gehört. 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 Ihr denkt welchen das Liederlach auf Jüdisch? Nein. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Aber ich denke es gibt keine Melodie oder keine Sachen. Ich habe das nicht gehört. Ich denke, ich denke noch. Noch vorne von Popolan in Schraga, ich bin ein großer Jontef. Weil Schragaga war ein Stadt. Ich habe das nicht gehört, und deswegen. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht gehört, dass ich das nicht gehört habe. In Lager, ja gut, normalen nach rüber gehen mit einem Brick, ich gewöhne, ich wollte nicht gehen. Auf jeden Tag gewöhne ich sehr tiefer. Und ich gewöhne älter, wo man vielleicht nicht nach rüber gehen, von Stein zu Stein. Ich habe mir mit dem Lager gesagt, dass man dem Friedlichen Rauf um Lithuiner gemäßt. Und wir haben ihn beherrscht. Aber kein Simonium von dem Mord. Man hat mir gewiesen, hat viele den Mord, wo man mit dem Bayer denkt. Welcher Rauf ist das? Ich weiß nicht. Was ist umgekommen... Was ist gestorben nach Dierlech oder was man hat umgebracht? Das ist der, was man mit dem... Was man mit Stomme... Aber das weiß ich nicht. Aber mit mir gewiesen, der Mord, wo sie es beherrscht davor. Was hat mir gewusst? Was hat mir gewusst? dass wir die Mord sind. Mit dem Mord sind wir die Schottschkennige und der historische Geschichte. Und wir haben sie nicht gesehen. Judo machen Gedenken gut. Oh ja, ich habe ja gearbeitet unter seiner Schule. Gedenken gut. Er fragt, als sie gewesen sind Altsäger und Neujäger. Und jeder hat sich stolziert mit sein, mit seinen Säger. In dem Brick wurde das Gebäude mein Säge. Koppel? Koppel. Ich denke mal ein bisschen. Oh ja. Ja. Er hat früher gearbeitet in anderen Städten. Er hat gearbeitet in Kjellem. Aber noch damit er gewinnt in Säger. Poppelan. Und dort hat er gearbeitet und Gebäude. Gebäude. Ja, Brich.